hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde orx must die 3 und wir spielen heute endlos die serpentinen sollen es werden das ist unsere gegner schare die uns hauptsächlich begegnen wird hier ist jetzt die dritte und ich habe das noch nie gemacht hier im endlos also müssen wir mal schauen wie wir damit umgehen werden so sieht es grundsätzlich erstmal aus wir gucken mal rein und machen mal einen plan serpentinen ok mein stolz ist verletzt versuchen wir das noch mal versuchen wir das noch mal wieso komme ich dann daraus dachte kommen oben raus also im serpentinen wir rennen hier zickzack rum und dann hier das heißt das hier wird unsere kampfzone werden wir haben eine schöne große wand ohne deckel wir haben eine schöne große deckel ohne wand hier kann man sie runter schmeißen hier kann man sie unterschmeißen hier kommen sie die kommen die kommen von da die kommen von da die kommen von da also sollten wir hier 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 sollten wir sie rein laufen lassen hier sollten wir sie rein laufen lassen und dann mit dem kampf beginnen also hier natürlich alles absichern und drum zu machen okay dann würde ich hier hier und hier Säure, Arcane, Blitz, Säure, Arcane, Blitz, Boom, Physisch, Physisch, Schneekarone, Boom, Physisch, Akane, Feuer, Flipflops, Feuer, das ist Arcane, das macht, damit können wir sie die Wand unterschubsen, damit können wir sie Arcane, Säure, Blitz, Physisch, Hebebunk, fehlt Feuer, das ist Blutin, Blutin ist auch noch eins, ok, ohne Stadt flippern, den Arcane, und dann machen wir aus dem Feuer, aber wie kann ich den jetzt noch umändern, gar nicht, ne, da muss ich nochmal, nochmal zurück, und sich hier rein, muss so machen, dann haben wir jetzt Feuer zurück, verursacht Feuer, Schaden, nehmen wir aber nicht mit, schleudert auch sehr schwere Feinde weg, nehmen wir aber nicht mit, verursacht Arcanenschaden, Schaden, verursacht physische Schaden, Bluten, erhöhter Feuer, Schaden, Feuer, ok, so, so wollen wir es machen, das wird spaßig, kostet 1200 das Stück, Säure, Feuer, Säure, Feuer, Einer davon hierher, Hier werden sie fallen, Na gut, so, dann, auf geht's, Lass uns Spaß haben, Lass uns Spaß haben, auf geht's, Säure, Feuer, physisch, und, so, 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 da kommen weitere Feinde, und, so, 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 ein Kopfschuss mit dem normalen Pfeil das ist der Weg getan der ist der Weg getan einfach großartig woho scheiß Bogenschütze vollendet Jetzt habe ich sie. Meine abscheuliche Fertur ist tot. Okay. Wir haben 14.800. Jetzt müssen wir hier oben anfangen. Also ich will sie hier durchlaufen lassen, bis hier. Bis hier. Gut. Ähm. Nicht hier durch. Nicht hier durch. Nicht hier durch. Und nicht hier durch. Mit 2 kriege ich das nicht, ne? Geh. Sehr gut! Alright. Nur jetzt noch 2,8. Säure, Feuer. Blitzen. Also gut. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Da kommen sie. Blitzen. Die Feinde greifen an einer weiteren Front an. Ach, daneben. Ich werde diese Kreatur nicht nachzaubern. Das sollte funktionieren. Da kommen weitere Feinde. Das passt hier nicht. Vielleicht eine davon. Vielleicht eine davon. Das wird nicht der Letzte gewesen sein. Bum, bum, bang. Bum. 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 Bum, bum. Bum, Bum. Das wird nicht der Letzte gewesen sein. Bum bum bum. Bum bum bum. Das ist scheiße, dass die Barrikanen da angreifen. Nochmal. Säure. Feuer. Teer. Säure. Feuer. Teer. Auflagen. Der Blitz. Einer davon hierher. Das sollte funktionieren. Ich kriege hier keinen Drachen hin. Hier einen Drachen hin. Wird mal. Da einen Drachen hin. Ansetzen. Auflagen dazu. Hier ist ja noch Geld. Können wir noch mitnehmen. Auflagen. Noch mehr physische Schaden. Säure. Feuer. Arcane. Physisch. Blitz. Und Verwirrung. Sollte eine schöne Kombo ergeben. Sollte eine schöne Kombo ergeben. Okay. Die kamen schon ziemlich weit. Okay. Die kamen schon ziemlich weit. Die kamen schon ganz gut aus. Das war eine große Kombo ergeben. Mit der Bord. Mit der Bord. Mit der Bord. da kommen weitere nach Hause Aua Aua Och der denn schon wieder das kreuziert was sieben und und Da kommen weitere Feinde! Falsch gesetzt. Falsch gesetzt. Das bekomme ich nie aus meiner Robe. Falsch gesetzt. Falsch gesetzt. Falsch gesetzt. Falsch gesetzt. Das gefällt mir. Das läuft gut. Ich werde dieser Kreatur nicht nachtrauern. Eine abscheuliche Kreatur ist tot. Dieses Mal haben wir Glück. Ach da liegt noch ein Schädel. Noch ein bisschen Geld. Sehr schön. Mir gefällt es. Schöne Kombo. Gar nicht. Passt nichts hin. Ich bin durch hier noch. Alles das schon hier kommt vielleicht. Oder von da. Überleg wo ich noch Arcane verbraten kann. Hier wahrscheinlich. An der Ecke. Auf jeden Fall hier. Wenn ich sie hier rumführe und wieder da lang. Da kann ich da nochmal und da nochmal Arcane heran setzen. Zeitlos zu legen. Jawoll ja. Weitere Feinde. Getanlos coded Öster ist zack. Der Geldsack. Da kommt Herr Gelzer. Herr Gelzer, give me all your money. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht eine davon. Da kommen weitere Feinde. Da kommt ein heulender Hund. Da kommt ein heulender Hund. Ich werde dieser Kreatur nicht nachtrauen. Passt. Passt perfekt hier hin. Wer ist als nächstes dran? Wer ist als nächstes dran? Ich habe schon mal falsch gesetzt. Da kommen weitere Feinde. Ja man, weitere Feinde. Ja. 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 Geist heiler. Schmutzig, aber wirksam. Das hat gut funktioniert. Gut, all right. Gut, okay. Gut, okay. Gut, okay. All righty. Okay, warte jetzt. Ich hab doch schon gedrückt. Ne, hab schon. Falsche Taste gedrückt. Ich würde sagen, so kommt da nix. Säure, Feuer, physisch, elektrisch, Verwirrung, Agrane. Alles zusammen. Das Monster ist für Sie. Und das Monster ist für Sie. Okay. Ein würwürdiger Gegner. Da liegt noch ein Schädel. Das Monster ist besiegt. Ein Schädel. Da kommen weitere Feinde. Das sollte funktionieren. Ein Wolf. Ich werde diese nicht unbedingt sauber, aber was soll's? Eine weitere Bedrohung überwunden. Du lieber Himmel, was kommt denn jetzt? Ich mache das nicht so. Wer sortiert die wieder auseinander? Das bekomme ich nie aus meiner Hose. Das soll anderen eine Lehre sein. Schmutzig, aber lustsam. Das war eine Herausforderung. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Der Ketttketttketttkettt. Neeeeeert. Da kommen weitere Feinde. Der Geldsack kommt. Au. Ich habe einen Fehler gemacht. Dell. Der hat die Ketttkett. Das er sagt! Der hat die Ketttkett. Der würde sich nicht erfolgen, der geht an 5 Minuten. Die Ketttkett. Das könnte sich nicht erfolgen. Der hat das Spiel immer mehr. Der hat das Spiel immer nochentoße. Jawohl, der Geldsack ist tot. Aua! Zurück und Kanzlerat! Das Monster ist besiegt. Eine abscheuliche Quertur ist tot. Das bekomme ich nie aus meiner Robe. Das bekomme ich nie aus meiner Robe. Ah ja, das Ziel ist natürlich, die so lange wie möglich in dieser Linie zu halten. Aber viele Sachen können wir halt auch nicht machen. Ich kann jetzt die ganze Zeit diese Dinger noch setzen. Hier werden sie fallen. Kampfbereit! Da kommen weitere Feinde! Jawohl! Weitere! Mal gucken! Mal sehen wir, dass die ganze Spiele in dieser Linie Uwe irgendwann erfüllt. Wenn ich die Anmeldungen einbekommen habe, ist das Spiele genau nicht gut. Ich bin in dieser Linie. Ich bin mal bereit. Wenn Sie die Anmeldung sind, dann finishen Sie die Wurrups. Ich bin schnell. Ich bin hier 구독. Ich bin nicht mit der Linie. Ich bin im Nachmittag. Sie bin in Deutschland. Okay. Das war eine Herausforderung. Das war eine Herausforderung. Welle 16. Weiß ich nicht, wer ist denn als nächstes dran? Da kommen weitere Feinde! Ich weiß nicht, ob das denn schon zu hoch ist. Wir müssen mal gucken, ob die aktiviert werden. Wird aus anderen eine Lehre sein. Auf die Sicht. Alter. Okay. Also die unterste Entange klappt auf. Aber die da drüber nicht. Nur die unterste Etage klappt auch. Hm. Das bekomme ich nie aus meiner Rolle. Das heißt, alles da drüber kann ich... wieder abbauen. Okay, das nützt also nichts. Da kommen weitere Feinde! Was noch geht? Money, money, money! Oh! Schmutzig, aber wirksam. Das hat gut funktioniert. Nicht unbedingt sauber, aber... was soll's? Wer sortiert die wieder auseinander? Ich mache das nicht nur. Ich mache das nicht nur. Das soll anderen eine Lehre sein. Das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert. Ich werde dieser Kreatur nicht nachtrauern. Ich muss mich ausrufen. Oh! Wer denn? Wo denn? Das bekomme ich nie aus meiner Rolle. Schmutzig, aber wirksam. Wirklich, aber wirksam. Da kommen weitere Feinde! Ich bin von hier, Zauberer! Ich bin von hier. Ich mache das nicht sauber. ... und wieder auseinander. Das hat gut funktioniert. Das bekomme ich nie aus meiner Rose. Bloß als nächstes dran. Ein dürriger Gehirn. Schmutzig, aber wirksam. Da kommen weitere Feinde! Wieso kommt da irgendwas Gelbes? Geld sagt! Aua! Kannst du es wagen? Kannst du es wagen? Hallo! Jetzt der Geld sagt! Es geht um den Kack zu holen, dann muss man das schön sein. Ich habe ein bisschen Zeitgekrieg, aber es hat nichts mehr Geld. Dann kann ich kurz Zeitgekrieg machen. Ich habe noch einen Kack. Ich habe noch eine Kack. Ich habe noch eine Kack. Ich habe noch eine Kack. Ich habe noch einen Kack. Ich habe noch einen Kack. Ich habe noch einen Kack. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. So, 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 so. Auf jeden Fall Welle 21. Das hat gut funktioniert. Das Monster ist besiegt. Eine weitere Bedrohung überwunden. Ich werde dieser Kreatur nicht nachbauen. Ach du lieber hin. Ein würdiger Gegner. Ein würdiger Gegner. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Da kommen weitere Feinde. Das könnten wir noch machen. Weil die oberen klappen eh nicht auf von den Lilern. Ich werde dieser Kreatur nicht nachtrauern. Nicht unbedingt sauber, aber was soll's? Ich muss das nicht sauber. Kommt irgendwas Gelmes. Das soll anderen eine Lehre sein. Das bekomme ich nie aus meiner Robe. Er ist als nächstes dran. Die Liebe hinten. Schmutzig, aber wirksam. Das hat gut funktioniert. Eine abscheuliche Kreatur ist tot. Da kommen weitere Feinde! Nicht genug Münzen. Nicht genug Münzen. Ein Wolf. Und dann kommt was Gelbes von da hinten. Nicht unbedingt sauber, aber wässerig. Biss mal kurz. Biss mal getan, habe ich mir gesehen. good day time Bureau. Du kannst, wie du dich willst gekommen bist. Das wirklich. Du kannst, wie du dich landen kannst. Du kannst, wie du dich da noch nie machen kannst. Du kannst, wie du dich immer machst. Und du kannst, wie du dich reinf serieus sagst. Aber du kannst, wie du deine Du-de-de-deignisse hier hast. Allgemeine, du kannst, wie du deine Du-de-deignisse hier. meine ich denn da das bekomme ich nie aus meiner rote schmutzig aber wirksam du lieber das ist nicht der letzte gewesen sein das ist nicht sauber oh Ohohoh Wir sind als nächstes dran Okay, so Da kommen weitere Feinde Vielleicht eine da Komm schon, wir haben was Geldes So, das war eine Herausforderung. Das bekomme ich nie aus meiner Rose. Das hat gut funktioniert. Sie greifen die Barrikade an. Ich werde dieser Kreatur nicht nachtrauern. Wer sortiert sie wieder auseinander? Eine weitere Bedrohung überwunden. Nicht unbedingt sauber, aber was soll's? Also die Sägeblätter werden ja offensichtlich auch nicht aktiviert. So wie's aussieht, ne. Das bringt also auch nichts, da oben Sägeblätter hinzubauen. Da kommen weitere Feinde. Pure Perfektion. Der Herr Gölzer kommt. Oh, wo kam der denn her? Das war unerwartet. Der Herr Gölzer ist schmutzig, aber wirksam. Das soll anderen eine Lehre sein. Welle von uns, wundern. דart moisture sind schmutzig, aber wundern. Der Herr Gölzer hat das ist schmutzig. Was ist das, was wir tun? Das wird nicht der letzte gewesen sein. Wer sortiert die wieder auseinander? Da kommen weitere Feinde! Da muss noch einer hin, da muss noch einer hin. Bis zum Spiel. Diese Kreatur nicht nachtrauern Das soll anderen eine Lehre sein. Das sollte funktionieren. Also der muss weg und der muss hin. Der muss als nächstes und weg. Der muss als nächstes und weg. Der muss als nächstes und weg. Das soll anderen eine Lehre sein. Das hat gut funktionieren. Das geht nicht unbedingt sauber. Aber was soll die? Okay. 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 Das wird nicht der letzte gewesen sein. Schmutzig aber wirksam. Ich werde dieser Kreatur nicht nachtrauern. Da kommen weitere Feinde. Okay. 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 Weißt du Thank you. Okay. 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 Exzellente Ständen. Ich mache das nicht so. Da kommen weitere Feinde. All right, all right. Was kommt da jetzt? Mr. Money. 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 Schmutzig, aber wirksam. Schmutzig, aber wirksam. 31 wird's. Wait, 31. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Da kommen weitere Feinde. Hier werden sie fallen. Ja, ich fühle, Edwin. Okay. 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 Welle 32. Okay. Der erste kommt bis dahin. Okay. 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 Das war eine Herausforderung. Ich werde dieser Kreatur nicht nachtrauern. Da kommen weitere Feinde! Einer davon hierher. So. Also hier schon mal dezimieren, damit hier nicht mehr so viele sind, die sich hier durchquälen. Umso mehr geht auf den. Das war eine Herausforderung. Das hat gut funktioniert. Das war eine Herausforderung. 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 Schmutzig aber wirksam. Relle 34. Das war eine Herausforderung. 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 Es gibt keinen besseren Platz. Gelza kommt. Ich mache das nicht so. Schmutzig, aber wirksam. Ich mache das nicht so. Wir sortieren die wieder auseinander. Du lieber Himmels. Ich werde diese Kreatur nicht nachtrauern. Nicht unbedingt sauber, aber was soll's? Einer davon hier ist. Schmutzig, aber wütter. Das soll anderen eine Lehre sein. Was? Warum der denn her? Das Monster ist besiegt. Wer? Wo? Was? Was zum Geier war das? Eine abscheuliche Kreatur ist tot. Kein Geld. Da kommen weitere Feinde! Was ist da denn durchgekommen? Wo habe ich das denn hingen gesetzt? Das hier ist falsch. Deswegen habe ich auch kein Geld gehabt gerade. Da kommt die Kreatur an. Wie soll ich das? Das ist das. Wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich das sagen? Schmutzig, aber wirksam. Ich mache das nicht sauber. Was ist das? Was macht ihr denn hier? Ich bin tot! Geh weg! Das war eine Herausforderung! Nicht unbedingt sauber, aber was sonst? Wer sortiert die wieder auseinander? Das bekomme ich nie aus meiner Robe! Schmutzig, aber wirksam! Oh Gott! Jetzt habe ich das wieder nicht verkauft. Da kommen weitere Feinde! Vielleicht eine Dörfer? Okay, Welle 37! Das hat gut funktioniert! Das soll anderen eine Lehre sein! Ich mache das nicht sauber! Schmutzig! Schmutzig, aber wirksam! Das bekomme ich nie aus meiner Robe! Das soll anderen eine Lehre sein! Eine weitere Bedrohung überwunden! Wer sortiert die wieder auseinander? Was war das für eine Aktion? Wieso sind denn die jetzt alle da durchgeschossen? Ich habe das nicht sauber! Ich habe das nicht sauber! Dadurch habe ich die verloren, weil hier irgendeine Scheiße passiert ist! Überwunden! Nicht unbedingt sauber, aber... Was soll's? Da kommen weitere Feinde! Das ist ja! Schmerz! so der Plan ist die halt unten jetzt schon ein bisschen zu dezimieren weil die mir doch schon ziemlich weit kommen inzwischen damit da oben jetzt nicht mehr Massen reinrennen Lalle 38 200 Geld also wir verdienen auch kein Geld mehr das wird nicht der letzte gewesen sein wer sortiert die wieder auseinander ich mache das nicht sauber das war eine herausforderung lieber himmel also so Ich werde dieser Kreatur nicht nachtrauern. Da kommen weitere Feinde! Hier werden sie fallen! Okay, Welle 39! Ich mache das nicht davon! Schmutzig, aber wirksam! Nicht unbedingt Dauber, aber was soll's? Das soll anderen eine Lehre sein! Wer sortiert die wieder auseinander? Eine abscheuliche Kreatur ist tot! Schmutzig, aber wirksam! Ein würdiger Gegner! Das soll anderen eine Lehre sein! Das hat gut funktioniert! Also, ich weiß nicht, wie wir es schaffen! Ich bin ein würdiger, aber es wird nicht alles, was soll's? Das ist schon ein würdiger! Ja, wir haben auch noch eine Lehre! Das Monster ist besiegt. Der Herr Geldsack kommt. 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 gut Das soll anderen eine Lehre sein. Ich werde dieser Kreatur nicht nachtrauern. Da kommen weitere Feinde! Das gibt keinen besseren Platz. Der Kreatur ist in der Kreatur, der Kreatur ist in der Kreatur, der Kreatur ist. Das war's für heute. Schmutzig, aber wirksam. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Nein, das kann ich. Ich will lieber hängen. Das bekomme ich nie aus meiner Robe. Das hat gut funktioniert. Ich mache das nicht so. Scheiße. Jetzt geht es dem Ende zu... Eine abscheuliche Pferd-Tour ist tot. Das soll anderen eine Lehre sein. Die lassen sich halt auch von keinem fliegen wie beirren. Ich brauche mehr Mana. Da kommen weitere Feinde. Sehr gut. Das wenn die Wels zu haben, wird das hier vorgeht. Oh Mann! Ach Mann! Was? Du lieber Himmel! Das hat gut funktioniert! Wer sortiert die wieder auseinander? Das bekomme ich nie aus meiner Robeld! Das kann ich nicht tun! Ja, das kriegen wir nicht mehr gebacken. Jetzt kommen sie. Ja, das müssen wir aufschneiden. Ja, das müssen wir aufschneiden. Ja, das war's gewesen. All right. Puh, 43 Wellen geschafft. Holy moly. Das kann man bestimmt noch besser machen. Oben konnten wir ja nichts dran machen. Das heißt, wir könnten oben Fässer von oben immer runterfallen lassen. Halte ich für eine relativ gute Idee. Weil ansonsten ist der Platz ziemlich verschwendet da oben. Kombo-technisch war's ganz gut. 14 Millionen. Knapp 15 Millionen. Ich denke, es ist ein guter Wert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gibt es hier eigentlich so einen Weltrekord? Da würde ich gar nicht bocken, glaube ich. Also, Statistiken. Getötete. Getötete. 7.221. 285 Fallen platziert. Schädelbonus. Combo-Bonus. Ja, also. Bis auf eine Million ist alles Combo-Bonus. Von da haben wir gut gearbeitet. Würde ich sagen. Es geht noch ein bisschen mehr. Schätze ich. Aber man kann halt auch nicht alles mitnehmen. An Fallen und Gedöns. Alright. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gerne Däumchen da lassen. Kommentare auf jeden Fall. Konstruktive Kommentare. Nicht so ein, du blöd Mann, was soll das? Wieso hast du das nicht so gemacht? Das war mein erstes Mal. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen. Das war Serpentinen auf 5 Stunden. Ja genau. Serpentinen 5 mit dieser Map. Bis zum nächsten Mal. Euer Sabotchen. Reingehauen. Auf Wiedersehen. Ja. Niemals. Ja nie. Entschuldigung.